Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Chris, und heute gibt es mal wieder einen totalen Fail, und zwar in MB3. Und, ähm, ja, ich spiel heute mit dieser Klasse. Diese wurde mir natürlich wieder einmal auf Facebook vorgeschlagen, ähm, weil ich gefragt hab, hey, mit welcher Klasse soll ich diesmal spielen, und, ähm, es ist die AA12 mit einem Schalldämpfer. Ich meine, was? Äh, AA12 hat schon eine ziemlich geringe Reichweite und nicht so einen tollen Schaden und dann noch einen Schalldämpfer drauf. Ah, mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich das so spielt, weil ich hab's bisher noch nicht, äh, getestet. Aber, naja. So. Und irgendwie reden hier welche. Ah, achso, und das ist Herrschaft, genau. Und ich hab schon vorher eine Lobby gesucht, weil ich die ganze Zeit einfach Lobbys gefunden habe, die schon längst begonnen haben. Gott. Ja, und, äh, erst mal C einnehmen. Und jetzt könnte ich, ja, schön ein C4 dahin parken. Uh, 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 uh. Mach ich aber nicht. Nee, das mach ich nicht. Oder doch. Nein. Oh, 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 oh. Na, findest du mich denn? Na, 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 na? Ha, 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 ha. Oh, oh. Die Reichweite ist ja grottenschlecht. Mann, hä? Was? Ich... Das ergibt ja nun wirklich gar keinen Sinn. Ich hätte ihn doch treffen müssen. Mann, was? Das ist doch ein Scherz. Wie soll man denn da überhaupt einen Kill bekommen? Ich hab ihn noch nicht mal angefragt. Das kann's doch nicht sein. Und wir haben gerade alle Flaggen verloren. Hallo? Ey, komm. Okay. Ja, schöne Scheiße. Ja, C4 noch hier, ne? Mann, oh. Okay, dann werd ich mal hier mit C4 rumhantieren. Oh, das wär so schön gewesen, ey. Aber nein. Er springt zu spät dahin. Und ich hab jetzt schon meine... Ho, ho, ho. Woo, ja. Nein. Ey, komm, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist doch brutal. Die Reichweite ist einfach nur ein schlechter Scherz. Und der Schaden, äh, davon würde ich gar nicht erst anfangen. Okay, sie wollen alle drei Flaggen einnehmen. Ey, komm, das ist doch... Ey, ich mein, ich hab bisher noch keinen einzigen Kill mit dieser blöden AA-12 geschafft. Werde gespawnt und dann sofort gestunnt. Ich meine, was? Woo, Double Kill. Ey, komm, das ist doch bescheuert. Die einzigen Kills, die ich bekomme, mach ich mit dem C4. Hä? Ja, ein Kill mit... Boah, Alter, in your face, Mann. Also nicht wirklich, aber... Okay, jetzt C einnehmen und alles ist, äh, schön. Wobei dort jetzt ein paar Gegner angelatscht kommen, oder? Kann es sein? Ja, es kann sein. Oh, oh. Ey, dieses... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es dort schon lag oder ob das gerade hingeworfen wurde. Aber, naja. Jedenfalls die Gegner spielen auch mit C4. Das bin ich gar nicht gewohnt. Normalerweise ist es selten, der Fall. Oh, scheiße. Hatte der... Komisch, den habe ich gar nicht gesehen. Mann, wir verlieren alles immer, ey. Das ist ja mal echt krank. Ah. Scheiße, Mann, die G18 ist ja genauso scheiße. Ganz vergessen, dass sie so einen ekelhaften Rückstoß hat. Okay, okay. Ich kann jetzt schnell sprinten. Das ist vielleicht ein Vorteil. Egal, ich will... Mann, ich brauche nur ein bisschen mehr... Ey, komm, woher kommt der denn jetzt bitte? Mann. Dieses blöde Timing. Das finde ich immer so... Okay. Ah. Nehme ich auch mal mit ein. Ja. Okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich... Ja. Wuhu. Acht Kills brauchen wir für das... Oh, 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 oh. Scheiße. Mann. Okay, jetzt muss ich erst mal warten. Na komm, nehmt A ein. Nehmt es ein. Oh, 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 oh. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hier. Zack. C4. Und jetzt komm. Komm. Scheiße, er kommt nicht. Wow. Er ist schlau. Mist. Hahaha. Okay. Noch ein Kill. So. Au. Mist. Ey, komm. Ich bin der Einzige, der dadurch getötet wird. Oh, oh. Ich glaube, das ist ein eingespieltes Team. Oder meine Klasse ist einfach nur schlecht. Ich glaube, dass... Ich werde sie jetzt einfach verwirren. Ah. Sack. Oh, 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 oh. Na? Ach, komm. Nein. Nein, bitte nicht. Och, Mann. Wieso? Ich meine, ich stand ja wirklich woanders. Ach. Geht doch weg hier. Euer Scheiß-Deathbomber, ey. Okay, ähm. Nein, 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 nein. Ich werde getötet. Mann. So ein Dreck. Wie haben die denn jetzt bitte A eingenommen? Oh, oh. Ich glaube, ich bin gleich tot. Nein, ich bin tot. Och. Ey, die ganze Zeit so... Oh. Wie ich das einfach nicht mag. Und wie ich sowas einfach nicht mag. Ja, meine... Ich meine, der stand ja noch nicht einmal irgendwie 10 Meter weit entfernt. Der stand einfach nur ein paar kleine Meter von mir entfernt. Und ich kann ihn nicht treffen mit der Schrottwinte. Und jetzt auch noch so ein blödes EMP. Ey, das ist doch hier... Ein schlechter Witz. Ja, 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 ja. Ich habe mich getötet. Und ich muss die Flagge wieder von vorne einnehmen. Oh Gott. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ach, Mann. Von überall kommen die Gegner, ey. Das... Mann. Ja, ja, ja. Ha. Eiskalt. Oh, okay. Jetzt wurde ich eiskalt getötet. Mann. Komm, da... Oh, oh. Da ist der Gegner. Ja. Ja. Getötet. Ja. Okay. Ja, das baut mich auf, Leute. Das baut mich auf. Ey, komm, nein. Na ja, okay. Wenigstens ein Assist oder Assist oder... Wie man das auch ausspricht, ist mir scheißegal, ob ich das jetzt falsch ausgesprochen habe oder sonst was. Bam. Ja, hau. Ach, ich mag das C4, es ist einfach genial. Und ja, wir verlieren wieder mal A. Ey, komm, ich habe doch zuerst angefangen zu schießen. Ja, natürlich irgendwie nicht, aber... Naja. Mann. Oh, ja, Mann. Schön die Flagge verteidigt. So muss das sein. Ja, wo ist denn der Gegner? Oh. Oh, oh. Ach, Mann. Das ist doch bescheuert. Ey, das war ja mal wirklich bescheuert. Hm. Ich werde mal da uns die 4 hinpacken. Oh, oh. Ey, von dort sind die doch noch... Okay. Ich nehme es zurück. So, was hat der denn für... Oha. Ey, komm, Alter. Ich würde die ganze Zeit mit so einem bescheuerten Supporter scheiß spielen, ey. Also, wenn das wirklich alle benutzen oder vielmehr ein paar Leute, müssen ja nur 2, 3 Leute sein, dann kann das schon nervig sein. Und dann noch diese Stealth-Bomber. Ach, geht doch weg. Ich meine, was? 64 zu 200? Also, ich glaube, das lag nicht nur an mir, aber... Alter. Crazy. Ey, komm. Ey, das war eine scheiß Runde, ja. Aber 11 zu 26 und ich bin nicht der Schlechteste. Aber ich lasse das trotzdem als Fail gelten, weil das einfach nicht meinen Normen entspricht, okay? Okay. Oh, neues Emblem. Ja. Okay, es bringt mir zwar nichts, aber egal. So, ja, Leute. Ich würde mal sagen, das war... Ach, du Scheiße. Was sind das denn für Prestige, Leute? Alter, übertreibt doch nicht gleich so. Ey, das ist doch ein bisschen übertrieben. Uiuiuiuiuiuiui. Ich geh mal raus. So. Ja, Leute. Also, das war's von mir. Und nochmal an die Leute, die nicht verstehen wollen, dass das nur der Unterhaltung dient. Es dient nur der Unterhaltung. Mehr nicht. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, ich will damit jetzt irgendwie nicht, äh, ja, beweisen, wie gut ich bin. Wobei das einfach nur schlecht ist, aber egal. Ne, also, Leute, das soll wirklich nur der Unterhaltung dienen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Ähm, wenn nicht, dann, tja, schade, ne? Aber egal. Jedenfalls, ähm, war's das jetzt mal von mir. Ähm, ja, und, äh, von daher, ciao, Leute! Das war's auch schon vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Sprich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auf eines der folgenden Videos klicken. Und wenn ihr Let's Play sehen möchtet, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr den Link zu unserem Let's Player Channel. Dort kommt jeden Tag ein Let's Play. Und ansonsten findet ihr dort auch noch den Link zu Facebook. Dort seid ihr auch eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Und das war es dann schon mal von mir. Man hört sich beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020